Klara, ich sehe nichts in dieser Zauberkugel. Christian, gib mir jemand, vielleicht sehe ich ja was. Also ich sehe neue Formate, neue Transformer. Oh ja, jetzt! Und ich sehe Neuerungen in der FME Workbench. Und im FME Server. Siehst du auch Anwenderbeiträge? Ja, ich sehe Sprengungen, goldene Flüsse und trotz Sonnenschein die FME-SERVER. Wow, das sollten Sie nicht verpassen. Es wird magisch!